Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion und Gaststar Kaya Janar. Kaya, Boris, wartet mal kurz. Die Sabine Schneider hat gerade angerufen. Die braucht noch einen Gag zum Thema Internet. Ja, da kommt sie wieder früh. Alter, hat die ein Rad ab? Aber pass mal auf, Kaya, Dirk, ich hab schon einen. Erzähl. Was ist die schnellste jemals gemessene Reaktion beim Menschen? Fragt mal, was? Was? Die Zustimmung zu Nutzungsbedingungen. Der ist gut. Der ist richtig gut. Kennt man. Ja, kennt jeder. Ja. Wow. Oder wir machen Zungefilternhorn an. Im Internet, da kannst du ja sein, was du willst. Das heißt, erstaunlich, dass sich immer noch so viele Leute für doof entscheiden. Der ist stark. Der ist Hammer. Hä? Das ist richtig gutes Handwerk. Ja. Oder hast du noch einen Kaya? Ja, ja, ja. Pass auf. Den müsst ihr genießen. Okay. Wir sind ja die Generation, die aufpassen muss, was ihre Kinder und ihre Eltern im Internet anklicken. Hammer, oder? Ganz ehrlich, Kaya, der ist richtig, richtig gut. Comedypreis. Habe ich den richtigen Beruf, ja? Ja, anscheinend. Komm, dann machen wir Schluss mit lustig. Genau. Händlich Feierabend. Im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy-Kenner. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App. in der App. Und Lei'den. . . . Vielen Dank.